So Leute, da bin ich ja wieder, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, im Teil 1. Da habe ich nur die Gruppe getippt vom Afrika Cup 2022 und ich habe euch versprochen, jetzt tippe ich die restlichen Spiele. Die K.O.-Spiele, Achtelfinale, wollen wir nicht lange drumherum reden. Ich will nur mal sagen, das, was ich hier alles sage, ist nur meine Meinung. Ich kenne mich nicht 100% mit den ganzen Mannschaften aus, bla bla bla, ihr wisst, was ich meine. Und schreibt eure Meinung gerne auch in den Kommentaren. Erstes Spiel, Burkina Faso gegen Gabun. Burkina Faso und Gabun sind, glaube ich, als Gruppenzweiter ins Achtelfinale eingezogen. Burkina Faso ist hier meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, ist für mich irgendwie underrated, gehört eigentlich für mich zu den größeren afrikanischen Mannschaften. Nicht zu den Top-Afrika-Mannschaften, sondern zum erweiterten Kreis. Gabun eher im Durchschnitt, obwohl sie den Obermeerungen haben. Gabun wird hier eine Überraschung werden, 1-2 für Gabun. Dann weiter geht's. Nigeria gegen Mauritanien. Nigeria guter Kader, Mauritanien eher nicht so aus, so unterer Durchschnitt. Mauritanien hatte letzte Afrika-Meisterschaft überragend gespielt, obwohl sie nicht den Kader dafür hatten. Ich denke nicht, dass es jetzt nochmal passieren wird. Hier gewinnt Nigeria das klar 3-1. Senegal gegen Cap Verde. Aber wenn die Cap Verde mag, ich habe von denen ein Trikot. 4-0 gewinnt Senegal. Senegal ist hier mit Abstand die bessere Mannschaft. Mali gegen Elfenbeinküste. Ich denke, es wird ein ausgeglichenes Spiel, was am Ende vielleicht noch ganz, ganz knapp in der Verlängerung noch für Mali ausgehen wird. Mali tippe ich, gewinnt 1-0 gegen die Elfenbeinküste und zieht ins Viertelfinale ein. Algerien gegen Ägypten. Ägypten ist Rekord. Afrika Cup Sieger. Jamo, Metzala und Rest nichts. Algerien hat sau, sau viele Gutspieler. Benzebaini, Maris, Zaid Benrama, Ismail Ben Naka oder Aysa Mandi. Also kein schlechter Kader. Und Algerien ist sehr, sehr lange unbesiegt. Könnte den Rekord von Italien noch brechen. Klar, Algerien gewinnt das. Nicht haushoch, sondern knapp mit 1-0. Dann das nächste Spiel. Marokko gegen Zimbabwe. Hier wird es deutlich. Marokko 2-0. So, Guinea gegen Tunesien. Ich habe mir mal beide Mannschaften angeguckt. Guinea ist jetzt nicht so schlecht, aber im Gegensatz zu Tunesien ist der Kader der Südwestafrikaner ein bisschen schlechter als jetzt von den Tunesiern. Tunesien wird das Spiel auch, ja, gewinnt 0-1. Dann nächstes Spiel. Das wird spannend. Kamerun gegen Ghana. Ich sage eigentlich, ich sehe beide auf derselben Augenhöhe. Ich sage aber, weil Kamerun den Vorteil hat, dass sie Gastgeber sind, sage ich, dass Kamerun das Spiel knapp gewinnen wird. Mit 2-1. So, dann haben wir unsere Viertelfinalpartien. Blende die euch hier eigentlich ein. Deswegen brauche ich die Mannschaften jetzt nicht nennen. Ich fange an. Ganz oben. Gabun gegen Nigeria. Auch wenn ich gesagt habe, dass Gabun die Überraschung der Saison wird, der Afrikasaison wird, glaube ich jetzt nicht daran, dass sie es im Halbfinale schaffen wird. Nigeria sehe ich hier da wirklich deutlich besser als Gabun. Deswegen wird hier die Strähne von Gabun enden. Nigeria gewinnt 0-2. Senegal gegen Mali. Ich habe gesagt, dass Senegal den besten Kader vielleicht in ganz Afrika hat. Ich sage aber hier, hier wird es Mali machen. Mali wird die Überraschung werden. Und wird kämpfen bis in die Verlängerung. Dann die 2x15 Minuten überleben. Und dann in Elfmeterschießen. Senegal rauskicken. Das ist mein Tipp. Mali kommt ins Halbfinale. Dann Algerien gegen Marokko. Das Nachbarschaft-Duell im Nordafrika. Algerien-Marokko. Algerien wird durchhasseln. Brauche ich nicht drüber reden. Es wird ein spannendes Spiel. Es wird für Algerien immer knapper. Aber sie werden sich da irgendwie rausfuchsen. Werden mal in einer Fläche in der Verlängerung 2-1 gegen Marokko gewinnen. Dann weiter geht's. Tunesien gegen Kamerun. Boah, habe ich mir schwer getan. Weil ich habe mal Studien und so weiter gesehen. Statistiken und so weiter. Dass der Gastgeber immer sehr, sehr weit kommt. Meist immer ein Vorteil ist. Deswegen würde ich sagen, dass die beiden Mannschaften, wenn man das jetzt mit einberechnet, dasselbe Niveau haben. Und dass dann Bam Kamerun in der 90. Minute plus 1 den Siegtreffer macht. Das wäre lustig, wenn es jetzt wirklich so passiert wird und dann ins Halbfinale einzieht. Dann gehen wir einfach mal ins Halbfinale. Dabei sind die besten 4 Mannschaften des Turniers. Nigeria, Mali, Algerien und der Gastgeber Kamerun. Das erste Spiel, Nigeria gegen Mali. Es wird ein interessantes Spiel, denn Mali schafft das Wunder und kommt ins Finale der Afrika-Meisterschaft 2022 und schlägt Nigeria mit 0 zu 1. Das zweite Halbfinalpartie, Algerien gegen Kamerun. Schafft es Kamerun im eigenen Land ins Finale einzuziehen? In die Hauptstadt Yaoundé und damit brechen sie die Serie von Algerien. Oder wird Algerien es schaffen, das zweite Mal hintereinander wieder ins Finale des Afrika-Cups zu kommen? Ich sage, das wird ein spannendes Spiel. Bam, bam, bam. Es gibt viele Tore, 5 Stück insgesamt. Und Algerien gewinnt das Spiel knapp mit 3 zu 2. Und zieht in Yaoundé ins Finale des Afrika-Cups gegen Mali ein. Ich sage jetzt sofort das Finale und das Spiel um Platz 3. Aber bevor, schreibt in die Kommentare, wer wird eure Meinung Afrika-Cup-Sieger? Ich bin mal gespannt, wie unterschiedlich unsere Meinungen sind. Vielleicht stimmt ihr mir auch komplett zu. Aber bevor wir zum Finale Mali gegen Algerien, gibt es noch das Spiel um Platz 3. Ich weiß, das juckt niemanden, aber das nehmen wir einfach mal mit. Denn wir sind immer noch nicht über die 8 Minuten. Das Spiel um Platz 3, Nigeria gegen Kamerun, wird... Ja, weiß ich nicht, wer da gewinnen wird. Ich sage einfach, ich gönne es Kamerun als Gastgeber, das Spiel zu gewinnen. Aber Spiel um Platz 3 ist eh scheißegal. Kamerun gewinnt das 0 zu 1. Dann jetzt das Finale. Yaoundé in Kamerun. Wer wird Afrika-Cup-Meister 2022? Mali oder Algerien? Ich sage, weil Algerien zur Zeit total verdient hätte. Aktuell unbesiegt sind. Alles auf den Platz gegeben haben. Werden sie das schaffen. Das Unglaubliche. Zweimal hintereinander. Werden sie Afrika-Meister. Algerien gewinnt das Spiel. 1 zu 2 gegen Mali. Und Algerien ist wieder Afrika-Meister 2022. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn es so passieren wird. Ob das wirklich so zutrifft, werden wir vielleicht sehen. Da bin ich mal mega gespannt. Aber bevor wir hier dieses Video jetzt beenden, gebe ich mir jetzt kurz meine Awards des Turniers ab. Oder meine Predictions zumindest. Überraschung des Turniers wird Mali. Ich gehe davon aus, dass sie sehr weit kommen. Viele kennen die Nationalmannschaft nicht so gut. Bis wahrscheinlich, weil sie sich noch nie für eine Weltmannschaft qualifiziert haben. Und deswegen ein bisschen unterm Radar sind. Aber für mich eigentlich eine Top-Nationalmannschaft. sind auf Afrika-Niveau. Gehört für mich zu den Top-Nationalmannschaften in Afrika. Und ja, werden relativ weit kommen ohne Schaden. Enttäuschung des Turniers wird Ghana. Ghana wird, wenn überhaupt, nur knapp durch die Gruppenphase durchkommen. Und wenn Ghana es schafft, irgendwie aus der Gruppenphase durchzukommen, denke ich, dass ab 8. Finale, Viertelfinale mindestens Schluss ist. Torschützenkönig. Da habe ich mich schwer getan. Deswegen habe ich einfach mal drei Namen genannt. Und Mo Salah, aktuell Top-Inform in Liverpool. Ich habe eigentlich gesagt, dass Ägypten nicht so weit kommen wird. Vielleicht schaffen Mo Salah es trotzdem, vielleicht ein paar Tore zu schießen. Dann Sadio Mane. Sadio Mane mit Senegal wird weit kommen. Wird bestimmt viele Tore schießen. Werden die Gruppenphase auch da viele Tore schießen. Und Sadio Mane wird es machen. Oder gehört zu den Favoriten. Und der dritte ist eher unbekannt. Stefanie, Bahocken, Kamerun wird ins Halbfinale kommen. Haben eigentlich eine Gruppe mit leichten Gegnern bekommen. Da wird man bestimmt ein paar Tore schießen. Und wenn Bahocken das Vertrauen des Trainers bekommt, dann spielt er jedes Spiel und netzt ein paar Tore. Spieler des Turniers habe ich Riyad Mahrez genommen. Ich muss hier einen Spieler von Algerien mal nehmen. Algerien wird weit kommen. 100% ins Finale. Wenn nicht, dann ist es für mich eine Enttäuschung. Und Riyad Mahrez ist einer Top-Spieler Algeriens. Ist eigentlich gar nicht so scheiße in Form. Dann wird Spieler des Turniers. Wird nicht viele Tore schießen. Wird aber vielleicht häufiger mal ein paar Bälle vorlegen. Wichtige Vorlagen machen. Wichtige Spiele. Und Riyad Mahrez wird den Titel als Spieler des Turniers bekommen. Dann Torwart des Turniers wird Eduard Mendy. Eduard Mendy. Chelsea-Torwart. Mit Abstand beste afrikanischer Torhüter aktuell. Youngster des Turniers. Da habe ich Mohamed Kamara. RB Leipzig. 21 Jahre alt. Spielt bei Mali. Und wenn Mali bis ins Finale wirklich kommen wird. Dann denke ich, dass Mohamed Kamara als einer der besten malischen Fußballer auch die Titel als besten Youngster bekommen. Das waren alle Awards. Das waren alle Tipps. Meiner Meinung nach wird Algerien afrikanischer Meister 2022. Wer wird eurer Meinung nach afrikanischer Meister 2022? Stimmt in meiner Meinung nach in ein. Und ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal. Blablabla. Immer das gleiche. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.